was hdus metta maaata glaubste mata ähm Maya Marta ne Maya Marta Club Marta war Maya Marta glaub ich ne war ja dieses diese Marta die ich meine wer nennt sich Maya ja ja dick geiles Gel oder? aber es ist HG hä ich hab doch schwarz eingestellt wieso hab ich jetzt bei mir die rosa Trikots die rosa Trikots oder ist es bei euch schwarz? ganz is rosa aber ich war doch auf schwarz oder? hab ich nicht drauf geachtet aber ich mein schlafen ah ist... die haben zu machen pffft schön eine geht mir jetzt schon wieder aufs Ei weil der so klein ist mhm ah shit machen viel Tiki Taka aaaaah 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 spiel den doch einfach ich hab doch arg gedruckt da über 2 mhm hups wups wups hups 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 ich hab das zweite Mal das ich gekonnt jetzt ausgespielt habe da da kommt der Mario ist angegrät nice da 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 sachen hier naaa neee na gut das ist trotzdem zugegeben na ich wollte gerade abdenken da da hat der gerochen das hat der gerochen hee yes nice Silberlachs räumt wieder auf Schön Zuri Mann Zeiters Mittelfeld Wow Schade, ja, schade, ich dachte Gott, wir haben jetzt einen Fehler. Maschine. Boah, nein, ich krieg grad adventure. es und einsetzt scheiße soll man es tut oder eins zu dir gehen min ja 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 10 10 12 Ja, schön Marius, auch schön gelöst noch after als ich dir da mal wieder vor die Füße laufen wollte, das wäre gut reagiert. Ja, hab ich den Raum gesehen. Aber gut, sehr schöne Flanke, pass. Oh, das war nicht zu spät. Oh, super Flanke. Ah, schade, hättest du auch glaube ich sogar noch annehmen können, aber ich kann verstehen, dass du geschossen hast, das war schön Volley. Ah, das tut heute. Ich hab gar nicht den Punkt da gesehen, wo der Ball hinfliegt. Ich auch nicht. Ich wusste auch nicht, bekomme ich den? Oder ist er drüber? Ja, ich hab mich da gerade verloren, ich hätte den glaube ich nicht direkt flanken sollen. Schönen Einwurf. Ne, doch das... Was? Schön. Schön. Jo, gut. Schön, mein Ball. Muss allein machen. Jawoll! Nice. Ah, schon die zweite gute Grätschie von Maris in dem Match. Oh. Boah. Das... Der Typ hier... Nie mit Telefonen stehen zu lassen. Hoho! Ist da etwa schon Frust? Ein bisschen. Ah, da gehen die raus. Da gehen sie raus. Titelmeister, Titelmeister, hey! Hey! Titelmeister, Titelmeister, hey! Nice! Ah, keine Punkte bekommst du ein Fick. Ne. Ah, ne Moment, das ist glaube ich noch nicht komplett geladen. Weil ich hab nämlich noch keine Punkte bekommen. Moment, ich muss das Menü nochmal neu öffnen. War das nicht das letzte Spiel? Ja, jetzt haben wir den Sieg bekommen. Und trotzdem keine Punkte bekommen. Also ich zumindest nicht. Nice! Es läuft doch bisher ganz gut, würde ich sagen. Sorry. Ich glaube, Marius. Äh, ich mach noch bis halb viertel vor ungefähr. Alles klar. Asozial hier. Richtig asoziales Stream. Hier war ein Kompliment. Also war ein Puffer. Wollte ich positiv hervorheben. Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir aber Schwarz. Oh, CF! Oh, CF! Ah, Classic CF! Nice! Gott sei Dank nicht CT. CT. Aber ich finde das ein eigener Forum. Ja. Wie gesagt, dass das auch mit anderen Leuten noch beschäftigt. Sehr schön. Ja, drei Mann. Ich glaube, Mini. Ja, sch... Biersound ist jetzt auch mal da. Neil. Guck mal, kein Mensch sieht so aus wie die. Typ heißt Momo, glaubst du, der ist Fan von Team Momo? Wahrscheinlich. Momo ist auch so eine Horrorfigur. Die Kinder... Oh, sehr schön. Die Kinder sind sehr smart. Ja, da war doch mal diese... Diese Fake-Naps. Dieser Gruppenbrief quasi. Ja, sieht auch sehr komisch aus. Sehr gruselig. Schick, schick. Ja, ja, ja. Ja. Ich... Ich... Ich bin in den Augen gehabt zurück. Ach. War zwar kurz ein bisschen Platz, aber war nicht ausreichend Zeit. Oh, yes. Ich krieg hier grad keinen vernünftigen Spieler. Ja, war richtig. Schade. Wenn ich den einen Spieler direkt bekommen hätte... Hätte... Hätte auch passen können, aber habe ich leider nicht bekommen. Schade. Ey, der hat mich doch da in der Mitte gefoult. Das habe ich doch ganz gut gesehen. Das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Scheiße. Da hat jetzt auch der Abwehrspieler gefehlt. Da war jetzt eine Riesenlücke, weil der da auf dem Boden lag. Ja, können dann nur so Tore schießen, ne? Na gut, ist immerhin kreativer als... Leute reinschubsen. Ne, das ist sehr kreativ, wie ich bin. Schön. Na. Ich muss nicht in den Rücken spielen. Ja. Boah, das war... Boah, das war... Spielerisch... Nicht so schlecht, was die da... ...müsst ihr hier anbieten, die Boys. Wird war das eine Team gefunden, was gut schufen ist beim Spielteam? Sorry. Obwohl wir alles angekommen, aber... bei einem Stuf. Aber gut. Tschüss. Ich... Jetzt komme ich mir vor, dass... so vor, als ob wir die Typen werden, die einfach nur Y probieren. Und das hat dann total lucky klappt. Na gut, nehme ich. Ne, nehme ich das. Ne, nehme ich das. So. So. Ist das krass? Ne. Okay. War ein Kram an Deckung. Es kann schon mal sein, dass er bei FIFA ein bisschen stiller ist, weil er sehr konzentriert ist. Okay, okay. Schön. Oh Mann, da wollte ich grad passen. Sorry. Er war ja nicht konzentriert genug. Na, jetzt habe ich ihn abgedeckt. Jetzt habe ich ihn abgedeckt. Oh nein. Nein. Ja, nichts passiert. Nein. Ich werde grad erst mal abseits rauslaufen. Sorry. Oh, shit. Ah, dann hätte ich mal bis zu schön spielen können. Ah, shit. Happy Birthday to Nathan Milfres. Oh, bei mir sollte jemand sein Auto holen. Oh, shit. Toll, dass da solche Durchsagen hier ab und zu im Stadion gemacht werden, ne? Wettet das Spiel richtig auf. Das waren die 60 Euro wert. Safe call. Ah. Nix da. Ne, ne, Freundchen. Ah, shut up. Ah, ne, Christus. Nein, ich würde es in Doppelkuss spielen. Ich weiß es. Aufmerksamkeit. Gut. Als wenn der Kleine das gewinnen würde. Gut. Ich finde es gerade schwierig, gegen die hier im Mittelfeld zu spielen. Ach! Schade. 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 Ah, da wollte ich einfach mal ganz kurz probieren, mit dem Tempo durchzukommen. Oh, manchmal ein bisschen zu lang, mit dem Tempo durchzukommen. Ja. Ja. Ja, das ist ein ganz schön taff, das Spiel hier gerade. Mhm. Schlagen uns gut. Beteiligen gut. Ich, wie gesagt, ich habe gerade noch nicht so die... ...de Lösung für das Mittelfeld. ...de Lösung für das Mittelfeld. Ob die das erkennen mit CF und unseren Namen dann sehen und sich freuen? Wenn die cool sind, dann können Sie sich da rüber. Wenn die cool sind, freuen die sich da rüber. Wenn die schwul sind, dann können Sie verressen. Ich bin so über den. Ja. Was ist? Hüttt? Prozent bei Besitz in der zweiten Halbzeit bei Besitz der zweiten Prozent 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 bei Besitzung ach scheiße Schöne Wesen weiss so gemacht Prozent m ja schön war schiene reiße da drücke ich schon bene und er schießt sie trotzdem an ich hasse es warum kaut der den ich geradeaus durch ins seiten aus oder von mir aus auch ins tor aus dass sie damit in der ecke kriegen aber nein der schießt den an und dann behaupten die total lucky den ball aber ein bisschen zu früh scheiße schön Wieso haut der den denn da so in den Rücken? Das sind wieder so Sachen, die ich nicht verstehe. Wieso gehe ich nicht da ran? Das kann ich ja nicht. Der ist ja rübergesprungen. Hat er Angst vor dem Ball oder was? Ah, scheiße, zu einem Torwart. Mann, ey. War ich dann schon ziemlich frei? Hätte ich noch schön Wolle nehmen können. Ah, scheiße. Maschine! Ah. schade auch ich wusste es scheiße schickt ihm ah nein es ist zwei Pursche Scheiße, Mann. Oh, Mann. Gut. Hätte ich auch mal rassen, nehm ich. Es ist mir so spät wie möglich, dass das dritte kriegen. Wenn wir das dritte kriegen. Was ist jetzt schon? Check. Sorry. Ich habe erst gesagt gar nicht hingekommen. Da in die Mitte. Ach, wieso geht der denn jetzt schon? Wuh! Wow. Wieso lässt er den nicht durch? Ja, nehme ich auf. Ich will den einfach haben, Leute. Sorry. Alles gut. Schöner Pass. Ah, scheiße. Oh Gott, wie mal geflammt die ganze Zeit. Geht's aus? Yes. Wenn der den jetzt nicht ausgeküpft hat, hätte ich mir schwer ausgerastet. Oh. 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 Pst. Ja. Nein. ich wusste es nein und den Ball mit nein scheiße also die Typen waren mit Abstand die besten Gegner die wir heute hatten aber das zweite Gegentor regt mich trotzdem auf ich habe B gedrückt und er haut den in den Gegner rein so dass die den Ball behaupten das ist nervig scheiße ist das am Ende haben wir noch mal richtig schön Druck gemacht schade ich habe weiter gedrückt ok ja